Musik Musik Es hat total meine Erwartungen erwartet, Tolle Künstler, super Bilder. Einfach großartig. Das ist das erste Mal, dass ich auf diesem Event bin. Ich finde es super, dass wir hier in Frankfurt sowas aufhaben. Und wir waren vor gut einem Jahr in Südafrika und dass wir das jetzt hierher bekommen, nach Frankfurt, einfach fantastisch. Das Event ist wirklich super. Es transportiert viel positive Energie. Es ist uns eine ganz große Ehre, hier dabei zu sein, weil es wirklich ein nachhaltiges Projekt ist. Bis zum nächsten Mal.